Der Himmel Der Himmel Der Himmel Der Himmel Anduin gegen Uta Ich werde ehrenhaft kämpfen Das Licht wird den Sieg bringen Der Letzte Erster Kann ich schreien Ja, komm Ja, mit Gegner Wege Also, ich mache das Wie viel im Arsch geht Das war's Der Himmel ist sehr schade Wichtig 2 2 3 2 3 3 4 4 5 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 12 12 13 13 15 16 16 17 18 18 18 19 21 Komm schon, mach den Zug. Wo lebt er ganz schön lange, was wieder tut? Hm. Genau das Dach schmackt. Oh, ein Feendrache. Wie macht er anscheinend? Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Ja? 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 Was machst du jetzt für mich? Befolgt die Regeln! Oh Gott. Haben die ganze Die ganze kommt. Haben die Sales denn man nicht? Hast du wirklich als die Skills? Wanns er bis elas? ist jemand verletzt vorwärts wird in der nächsten runde bereit sein ich habe nicht genug mana hat jemand den arzt gerufen schnell entscheiden ich habe nicht genug mana geladen und entsichert melde mich zum dienst sofort das war's meine augen sind offen das war's Ich frage mich, ob... Ich frage mich! Das war's! Blut und Beute! Gebt mir eine Quest! Ein Diener mit Spott ist im Weg! Ist jemand verletzt? Das war's! Knappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr! Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern! Ich frage mich, ob... Das ist wirklich geil! Danke! Ich frage mich! Ich frage mich! Ich frage mich! Ich frage mich! Das ist kein gültiges Ziel. Das ist kein gültiges Ziel. Jetzt hat er verkackt. Jetzt hat er verschissen. Ich habe meine Beute im Visier. Soll ich es heulen. So fast. Das war's. Oh, nicht das gar nicht. Ja, komm, du hast zwei Karten. Melde mich zum Dienst. Der machte DTD wie er hatte Scheißte. Aber gut. Der zwei Pünke gibt auch wirklich an. Ein Schuss. Ein sofort. Headshot. Das war's für unsere Folge. Ich hab doch mal ein Erbbild hier gesehen. Ich würd mich über Trill ist, komm mir noch mal rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.